Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ihre Trophäe. Yo, yo, yo! Es ist Zeit zum Sparen mit Jojo. Ist das hier drin heiß oder geht's nur mir so? Geht nur dir so. Du kompensierst deinen Verlust mit Coupons. Wird schon klappen. Und warum bin ich dann so pleite? Uns wird kein Mensch helfen. Weißt du, wer belohnt wird? Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Was? Nein! Nein, ich sag dir nur, du trägst eine Beschwerde vor und kriegst ein Gratis-Coupon. Da sind die ganzen Coupons. Es ist die Robin Hood. Sie nehmen die Coupons von dem Unternehmen, das sie so unfassbar schlecht bezahlt. Und wir geben sie dann Familien, die sie dringend brauchen. Hey! What? Baby, I got your money. Don't you worry. I say hey! Wir ermitteln gegen einen Ring von Coupons-Fälschern. Und es entstanden Verluste von zig Millionen Dollar. Wir sind Queen Pins, bitch! Es ist eine Krise auf nationaler Ebene. Wer ist das Girl? Also offensichtlich weiß er gar nichts. Rufen Sie Phantombildzeichner! Sie verlangen einen Phantombildzeichner? Für wen halten Sie die Frau? Jack the Ripper? Es geht nicht darum, was man kauft. Es geht um das Gefühl, das es auslöst. Dadurch kriegt man so ein Kribbeln. Den sogenannten Coupons-Rausch soll besser sein als Intimität mit einer anderen Person. Entschuldigung, haben Sie noch nie einen Coupon eingelöst oder hatten Sie noch nie Sex? Was ist passiert? Hey! 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 Hey!